Die Chance für Pfitzner Abgezockt Verlädt er Erik Domaschke Zum 2 zu 0 Überhaupt an den Arm oder an die Brust Es ist nicht hundertprozentig zu sagen Aber egal ist das Mark Pfitzner Denn der verliert abermals Erik Domaschke Zum 3 zu 0 Das ist die Entscheidung in diesem Spiel Meppen kommt nicht mehr zurück Und so gewinnt Braunschweig am Ende Mark Pfitzner trat an Zwei Elber verwandelte er gegen Meppen Und auch der passt Ganz genau neben den Pfosten Zum 1 zu 0 für Braunschweig In der 50. Minute Damit also sein dritter verwandelter Elber In den letzten zwei Spielen Mark Pfitzner tritt an und Verwandelt 1 zu 0 Eintracht Braunschweig in Front Mr. Elfmeter hat wieder mal Zugeschlagen Vor einer Woche noch 0 zu 1 In Halle verloren Jetzt gelingt Ihnen das Führungstor Punkt 2 gayb ARD Text im Auftrag von Funk